Es sieht aus wie irgendein Mensch, der seit, was weiß ich, wie vielen der Tausenden im Dunkeln lebt und ein Fetisch für Rubina als Augen hat. Naja. Und, was war so deine Meinung zur Demo von Sonne und Mond? Ja, allzu viel hat man da bis jetzt nicht gesehen. Man konnte den Esquatschütze ein bisschen ausprobieren und ansonsten mal eine Z-Attacke mit benutzen. Und ansonsten schalten sie hier im Laufe der Zeit noch immer ein paar weitere Events frei und alles mögliche. Ja. So alles habe ich ja davon auch noch nicht gesehen. Ich eigentlich kaum was. Ich habe nur am Anfang die Demo durchgespielt und das war es im Großen und Ganzen. Ich habe mal geguckt, was du für Pokémon da finden kannst während der Demo, was nicht so viele waren, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja. Und... Die drei Standard-Fächer halt. Ja. Und finde das mit dem Taurus-Reiten extrem seltsam. Vor allem finde ich halt die Klamotten, die der dann anzieht, total hässlich. Na, da gibt es ja später noch andere Sachen. Und für mich ist das halt... Also, so wie ich das sehe, ist das eine Möglichkeit, die VMs endlich mal aus dem Weg zu räumen. Da brauchst du ja dummere nicht mehr. Und wahrscheinlich Stärke nicht mehr. Surfer dann auch nicht mehr. Stimmt, könntest du dann auf dem Wasser-Pokémon reiten. Das wäre eigentlich verdammt cool. Fliegen brauchst du auch nicht mehr. Fliegen brauchst du auch nicht mehr. Ja. Taucher bräuchtest du nicht mehr. Kaskade bräuchtest du nicht mehr. Das wäre eigentlich... Ja, gut, der Schneider. Da gibt es bestimmt auch noch ein bisschen was. Also, entweder man kann das Zeug auch mit Taurus umrennen oder sie geben einem da noch ein extra Ding dafür. Auf jeden Fall. Weil ich hoffe bloß, dass sie die Attacken, die die VMs enthalten haben, dass die weiterhin als TMs dann gibt, halt. Nicht mehr als VMs. Weil ohne Surfer und Kaskade wird es ein bisschen schwierig, so gerade die Wasser-Pokémon anständig mit Attacken auszustatten. Ja. Wenn die nicht gerade Siedewasser und Nassschweif können, wobei Siedewasser die meisten halt doch können. Aber es sind trotzdem starke Attacken, auf die ich nicht unbedingt verzichten will. Ah. Gerade Kaskade ist eine sehr, sehr starke Attacke. Ja. Vor allem eine schön starke physische Wasser-Attacke. Ja. Von allen physischen Wasser-Attacken ist es, glaube ich, sogar die drittstärkste. Hm. Was sind die stärkste physische Wasser-Attacke? Krabhammer. Ah, stimmt. Krabhammer gab es ja auch noch. Danach Nassschweif und zum Schluss danach Kaskade. Dann Kalkklinge. Ich vergesse Krabhammer immer, weil zu der Zeit, wo ich noch gespielt habe aktiv, bevor ich halt jetzt wieder angefangen habe, gab es nur vier Pokémon, die es hätten lernen können. Ja, so viel mehr sind es nicht geworden. Ich meine, wir haben... Wummer. Ja, Wummer kann. Aber Wummer ist ein spezieller Angreifer. Ja. Ja, aber mal gucken. Vielleicht kommt mit Sonne im Mund nochmal was dazu. Vielleicht springen die dann ja mal die Geisterkrabbe mit ein. Und die könnte es durchaus lernen, dass es sehr, sehr gut möglich war. Und falls sich jetzt jemand fragt, was eine Geisterkrabbe ist, das ist ein... Also nicht der richtige Name von dem Vieh, das ist halt eine Krabbe, die sich im Sand eingräbt und deren Klauen genug Kraft aufbringt, um den menschlichen Fuß zu brechen. Oh, das ist Melvin. Pass auf, der will uns umarmen. Jetzt hast du bei mir kurz geleckt. Wir kämpfen gerade gegen Melvin, der will uns umarmen. Ja. Haack! Ja, wenigstens ist es nicht Malte. Malte hatte ich in der letzten Aufnahme irgendwo mal mit dabei, der Vogelfänger Malte. Hm. Den hatten wir schon. Und, hast du ihm wenigstens ordentlich die Fresse poliert? Ja. Ich habe mich auch für alle möglichen Gemeinheiten gerecht, die er uns angetan hat. Ach, ja. Ja, gut, aber sonst, in letzter Zeit war er nicht mehr allzu häufig aktiv bei uns. Hm. Läuft eigentlich in letzter Zeit ganz gut. Ich meine, wir haben jetzt einen Albtraum auf HC komplett gecleared. Xavius haben wir erst, äh, ja, vorgestern am Freitag, haben wir ihn erst gelegt, das erste Mal. Hm. Ja, gut, ich bin bei WoW jetzt eh erst mal aus zeittechnischen Gründen raus. Ja, gut, kann man nix machen. Solange du irgendwann, wenn du mal wieder Zeit hast, bitte anfängst. Ui, der kriegt plus vier Angriff. Ja, gut, der hat jetzt die ganze Zeit die ganzen physischen Klöpper verhauen. Jo. 97. Und 90 Innit hat er jetzt schon. Dieses Sandama ist, es ist das schnellste Sandama, das ich jemals hatte. Gut, jetzt mal abgesehen von meinem CP-Sandama. Aber das Ding hat ja auch ein hastiges Wesen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das Ding einen verdammt guten Innit-DV-Wert hat. Weil sonst wird das Ding mit der Innit nicht so hoch sein. Das Ding hat Innit-Base 65. Mhm. Vergleichsweise ist die Angriffs-Base bei 100. Ja. Garo ist halt ziemlich schnell unterwegs. Wenn er ein Sandama ist. Ja gut, mein Sandama ist noch schneller, wenn es um, äh, die, wenn es um ein Sanchara-Sandama geht. Ja, gut. Sanchara, da gibt es ja auch nochmal Speed dazu während dem Sandsturm. Ja, verdoppelt geht. Das zählt dann nicht so ganz. Oh, Kickly. So. Ja, wir überholen sogar ein Kickly. Das nur drei Level unter uns ist. Hätte ich das jetzt gewusst. Das könnte jetzt böse enden, wenn der sich da aufpumpt. Au, 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 au. Oh, bitte nicht den Kritten. Bitte. Oh. Okay, das hätte sogar mit dem Kritten nichts gemacht. Haut mir der da einen Turmkick in die Fresse. So. Nokchan. Der wesentlich harmlosere, aber, äh, ich will ihn trotzdem nicht unterschätzen. Ich probiere jetzt unseren Yuki das erste Mal aus. Der durfte nämlich bis jetzt noch nichts machen, außer gefangen werden. Ach, ja. Wie schon gesagt, ich finde das mit Yuki eigentlich jetzt ein bisschen unfair, wenn man überlegt, das ist letzte Pokémon, das schlechte Pokémon, was jetzt in dem Part bekämpftest, Level 41 war und dann kommst du mit dem 50er Zapdos an. Ja, gut. Das Spiel hat mir eine Meisterwahl gegeben. Ich habe ihn genutzt. Mhm. Außerdem habe ich ihn in der Arena nicht eingesetzt. Okay, wir brauchen einen Spitznamen für Kickly. Ähm. Wen haben wir denn da noch? Das ist ein Männchen, also es sollte ein... Es sollte zumindest ein Ehr sein. Da habe ich zwar bei meinem Lapras schon eine Ausnahme gemacht, aber da habe ich ja extra dann den Spitznamen hergenommen. Das kann man da eher neutral benutzen. Ach. Ja gut, ich kenne halt deine ganzen Kumpel, nachdem du die benennst, nicht, außer ein paar von denen. Ach, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich habe einen Maxim noch gar nicht hier drin. Dann darf Maxim jetzt ein Kickly sein. Ich weiß zwar nicht, ob er Kickly mag oder nicht, aber... Jetzt ist er auf jeden Fall hier dabei. Ich hoffe, dass ich in dem nächsten Pokémon-Projekt irgendwas bin, was ich mag und kein Mautzy. Ich kann es dir ja mal zeigen, wenn du willst. Ich kann mir erstmal hier wieder Pokémon heilen, bevor wir jetzt dann aufs große, weite Meer aufbrechen. Ja, da bin ich eigentlich auch mal gespannt, wie dann so unser Projekt wird, wenn wir das starten. Ja, erstmal will ich das hier so ein bisschen zu Ende machen. Ja. Hier. Jetzt habe ich einfach irgendwo mal auf Route 5 gefangen. Mhm. Da ist der Pädobär. Hier ist André, da ist Voltoball. Hier habe ich noch Nebulak. Dann der Marvin. Was du nie weiterentwickelt hast. Ja, ich habe es so gefangen und hatte bisher noch nicht wirklich eine Verwendung dafür. Ja, gut. Ja, dann der Marvin als Bibor. Habe ich immerhin bis Level 23 gebracht. Ja. Dann habe ich hier noch Theo als Dictor. Nee. Hm? Spätestens da hättest du die Bibor rausschmeißen können. Da ist Grissi. Aha, du hast also einen Katekyo Hypno Reborn Fan als Freund. Inwiefern meinst du das jetzt genau? Zuna. Ach ja, wegen Zuna, genau. Zum Flugzug. Ja. Zuna Yoshi. Genau. Jetzt habe ich gerade überlegt, wen meint er jetzt? Und dann ist mir eingefallen, ja, Zuna habe ich ja drin. Aber den Typen nennen wir einfach nur Zuna. Der... Ach so. Eigentlich heißt er Calvin, aber... Calvin. Wir nennen ihn alle nur Zuna. Also... Ach ja. Ich bin bloß gerade am schauen, ob irgendjemand in meinem Team jetzt noch Stärke kann, weil ich meine, das konnte bei mir nur der Fight. Ja, dachte ich mir fast. Wem kann ich dann die Stärke noch beibringen? Ich meine, das können nur noch... Ja, können nur noch zwei machen. Dann kriegt's da Kenji. Mir fällt gerade ein, ich muss eh nochmal einen Pokémon-Mond bestellen, welcher für den Klassenkameraden mitbestellen soll. Mir tut's zwar irgendwie weh, den Schlitzer hier wegzumachen, aber es ist... Ja, Schlitzer waren der Gen echt noch ziemlich gut. Ja, es hatte eine 25%ige Crit-Chance hier, aber Stärke ist trotzdem allgemein stärker. Und ich meine, die Momente, wo ich mit ihm hier mit Schlitzer gekrittet hab, die waren seltener als mit allen anderen Attacken. Also, der hat damit nicht gekrittet. Das ist wieder dein Hexlack. Na gut, dein Hexlack ist aber je nachdem, bei was für einem Pokémon echt gemein. Wie zum Beispiel bei deinem Shillok. Mein Shillok, der gibt mir alles, was ich will. Jetzt bin ich bloß mal überlegen, in welche Richtung kann man über die Seeschauminsel zu ziehen? Äh, ich meine, es geht in die Richtung durch. Weil, es geht in eine Richtung, geht's durch und in die andere nicht. Genau. Und du musst von der Gift-Arena, also, ja, Fuxania City aus, dahin. Äh, hab ich die Trainer da unten eigentlich schon besiegt. Schwimme. Auf jeden Fall packen wir jetzt mal den Dirkie nach vorne. Ja, die habe ich noch nicht besiegt. Und Dirkie sollte es in der nächsten Arena wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ne, der hat erst in der achten Arena, wenn er bis dahin überlebt, nochmal seinen Auftritt. Achter Arena war normal, ne? Boden. Boden, stimmt. Boden war's. Äh, natürlich krieg ich jetzt mal wieder das Tentacher ab. Tentacher war in der Spätz, der ist super, das heißt, da hauen wir lieber physisch drauf. Der gute Giovanni. In dem geht's dann in der achten Arena ran. Muschas. Das fand ich dann eigentlich auch interessant zu sehen, dass dann in Kristall, Silber und Gold, dass die Arena dann Blue gehört hat. Naja, er hat die, er ist ja mehr oder weniger zurückgetreten, dann war ein Arena-Posten umgesetzt und der ehemalige Champ bietet sich halt als Arena-Leiter an. Ja. War klar, dass sie den fragen und mein Gott, wenn man den Job angeboten bekommt, bevor man gar nichts nimmt. Aber man hat ja von Norman gelernt, als Arena-Leiter hat man scheiße wenig Zeit. Ich meine, er ist nie daheim. Hey, er unterscheidet sich doch nicht so von den anderen Vätern der Hauptcharaktere aus Pokémon. Ja. Auch wenn man die anderen kennengelernt hat, weil die wahrscheinlich im großen Pokémon-Krieg gestorben sind. Major Bob hat es uns gesagt. Ja, Major Bob war... Der große Pokémon-Krieg. Major Bob war in diesem Let's Play relativ unspektakulär. Ich hatte zwei Boden-Pokémon dabei und das hat sich erledigt. Ja, gut. Da kann Major Bob halt nichts machen. Ja doch, Ruckzuck-Keep. Ja, ich hätte schon Major... Kannst du ehrlich, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der hat irgendwelche brachialeren Pokémon. Dann kommt er daher mit Voltoball, Pikachu, Raichu. Genau, weil das ist so ein muskelbepackter Armee-Typ, der die ganze Zeit vom... Ja... Und dann war das so enttäuschend gegen den... Ja, die... Äh... Ich sag's nur mal so, Mistys Arena ist schwerer und... Oh, wir haben den Alpha-Kevin gegen uns. Mhm. Ja, Misty war mir die Arena, wo ich am längsten für gebraucht habe. Misty war bisher die einzige Arena hier, wo ich Pokémon verloren habe. Und das auch nur, weil sie gekrittet hat, zweimal. Ja. Dami? Was denn sonst? Sterndo ist ja kein Problem. Aber ihr Stami hätten mir zwei Pokémon weggekrittet. Konnte ihr Stami nicht sogar Genesung? Nee, das konnte es Gott sei Dank nicht, weil sonst hätte ich das Ding nie tot bekommen. Weil er konnte das in Gold- und Silber-Genesung... In Gen 2 und 4 konnte es, glaube ich. Ja, ja, das war dann total näher. Du kannst es fast down und dann hielt sich das erstmal wieder hoch. Was echt scheiße ist, weil Stami eine gute Verteidigung hat. 90 auf beide. Und er hat relativ wenig KP, aber 90 auf beide der Verte. Das ist auf jeden Fall leicht überdurchschnittlich. Und für diesen Status im Spiel ist es schon viel zu gut. Ja. Und es geht dann so ein bisschen um den Sack. Bei Dirk hier habe ich jetzt demnächst noch vor, eine neue Attackenkombination bei ihm noch reinzumachen. Okay. Und der kriegt von mir noch Sonnentag und Solarstrahl. Uh. Schöne Kombo. Hat ja auch Chlorophyll, der Gute. Mhm. Aber diese, ganz ehrlich, diese Sonntag-Solarstrahl-Taktik, die habe ich etwas anders, ähm, zum allerersten Mal in Rubin entdeckt. Weil Cordon und, ja. Hm. Dauerhaft versteckt der Sonnenschein. Oh, das kann der Solarstrahl-Incent einsetzen. Ja, in der Sonne funktioniert es. Ich mache die 8. Arena mal mit nur einem Pokémon. Also in Omega-Rubin ist die 8. Arena eh witzlos, wenn du Protokraden dabei hast, weil eine Wasser-Arena mit Entland, äh, ja, die können nichts mehr machen. Vergiss es. Das sind Chancen. Ich finde es aber gut, dass sie, ähm, Cordon keine Feuerattacke als Signature gegeben haben. Ja, gut. Man hat bei ihm trotzdem eine sehr schöne Auswahl zwischen Feuerschlag, Flammenwurf, Eruption und Feuersturm. Das ist genug. Weil, ich finde es so schön, wenn ihr die mal miteinander vergleicht, Protokraden und Protokraden, da ist Protokraden schon in so einem ganz kleinen Vorteil, weil es kann sein Signature einsetzen, während, äh, die Fähigkeit von Protokraden wirkt. Protokraden kann seine Fähigkeit aber nicht einsetzen, wenn die Protokraden. Ja, ja, Protokraden ist da generell, der hat da eine bessere Fähigkeit bekommen eigentlich, weil, ähm, Protokraden haut sich damit seine einzige Doppelschwäche weg. Ja. Finde ich gut, weil ich mochte Protokraden immer lieber als Kaiogra. Ich finde Grodon auch wesentlich cooler als Kaiogra, auch wenn ich Wasser-Pokémon normal mehr mag, aber außerdemweise, da bin ich mal auf der Team Magma-Seite. Du magst den Kinderwahlen nicht so. Ich bin hier auf der Team Magma-Seite, vor allem, weil die die cooleren Uniformen haben. Ja. Äh, ich mochte aber auch bei Diamant und Perk, mochte ich aber auch, ähm, Palkia lieber als Dialga. Ja, gut, ich mag die beide, aber Palkia hat den cooleren Signature-Move. Ja, da war ich dann aber in meinem Freundeskreis so der einzige, der Palkia lieber mochte als Dialga. Ja, da war ich dann auch, ähm, Palkia lieber als Dialga 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 lieber als Dial